Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Dead Space Ich weiß gar nicht wo wir aufgehört haben, ach ja genau hier, runterziehen Wollen wir was mal machen? Können, müssen wir das von Tanksequenz aktiviert Aha, Nebenaufgabe erfüllt Äh Okay Alter Du hast mich voll erschrocken Geh weg Bastardvieh Ohne Witz Noch eins, natürlich Zwei, ja Boah Boah, die sind so widerlich Ja, den mag ich gar nicht Okay Sind auch immer sehr schöne Geräusche Ich denke wir fahren jetzt einfach mal wieder rüber Weil wir am Endeffekt da hin müssen Sehr schöne Geräusche Sehr schöne Geräusche So hier muss ich lang, ne? Ja So hier muss ich lang, ne? So, der ist tot, genau Wir müssen da runter, deswegen gehe ich erstmal hier lang, wie eigentlich immer Kontrollrauben Kontrollrauben Okay Eeeh Sehr lecker Das ist verschlossen, aber hier haben wir noch was Lass mal Energie Jetzt kommen sie wieder Ja Ja Gerückt doch F Hab ich keine Stase mehr? Ja, hab ich jetzt leider gar nicht drauf geachtet Oh Ah, ich hab echt keine Stase mehr, deswegen ging's nicht Ach, Mist Na gut Noch mehr Plasma So, können wir hier was machen? Irgendwie Sieht nicht so aus Shop, da gehe ich gleich mal hin Speicherstation Unraillstation Okay So, gehen wir erstmal in den Shop Eeeh Brennstoffflammenwerfer Okay Ripper Ah, das ist der Shop Das ist das Amantar Was haben wir denn? Pulsprojektile So, komm, das Die Plasma Energie verkaufen wir mal Soll ich mir mal so ein Impulsgewehr kaufen? Soll ich mir mal so ein Impulsgewehr kaufen? Soll ich einfach mal Verkauf ich noch Plasma Energie Und dafür brauchen wir nicht Was war das? Impulsgewehr Hier, Impulsprojektile Okay Okay Das sieht aber nett aus Ja, ich denke so eine neue Waffe Kann doch auch mal sein Speichern wir einmal Und gehen In den Maschinenbereich Nee, hier waren wir schon Ich erinnere mich Hier waren wir schon Warum das jetzt hier neu war Mit den zweiten Monstern Weiß ich nicht Aber im Maschinenbereich Waren wir definitiv schon Oder es ist ein zweiter Der genau wie Dentisch aussieht Das kann natürlich auch sein Manche lieben auch Mediapack Das haben wir übersehen Ah Okay Tanksequenz aktiviert Ausreichend Treibstoff Um Primärantrieb zu versorgen Was immer Sie machen Es funktioniert Ich habe eine Treibstoffanzeige Sie zeigt zwar nur ein Viertel an Aber es reicht Um wieder in den Orbit zu kommen Sobald Sie den Antrieb online haben Verdammt Falscher Alarm Ich dachte, ich hätte etwas gesehen Ich dachte, ich hätte etwas gesehen Ich dachte, ich hätte etwas gesehen Ich bin zum Glück, hast du nichts gesehen So Okay, da lang Wahrscheinlich zurück zur Metro-Station-Bahn Ausreichend Schau mal, hier ist schon noch... Lass mal Energie! Ne, wo müssen wir entlang? Da bin ich jetzt falsch gelaufen Aufzug, schuhe, send, ge Und natürlich wieder Zutritt, nur für autorisiert Personal, ist ja nicht so nice Fahren wir nach unten oder nach oben, ich weiß gar nicht Nach unten, oder? Da, guck mal, die Anzeige geht nach unten Hallo Fahren wir hier schon mal? Ach, das war hier mit der Quarantäne Genau, ich erinnere mich Ich schätze, wir müssen hier lang? Genau, so sieht's aus Achso, kommen wir jetzt wieder Ja, genau, wir kommen jetzt hier wieder zu dem Genau, mit dem Dieses schwerelose Ding da Ich werde hier aber den Part einmal beenden Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn's heißt Let's play Dead Space Breast Dramatik Schifflöden Dramatik